Werte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Wien. Wien ist der Innenbahnhof unseres Zuges, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we will arrive at Vienna. We wish you a night day in Austria. Was einem Wiener alles ins Gemüt geht. A verschimpelte Forstprothesen, a Finger, der was im Fleischhacker in Wolf gekommen ist, drei Wachleit unter Trafik, a Giertelkaffee mit Tischpost, a Schass mit Gwasteln, ein erdet für so laut, der Rudolf Kohl in der Gartehosen, die Straßenbahn illustrierte, ein Schachtel drei in einem Pisoire, ein Selbstbinder zum Aufhängen, ein squetschte Roller in einem Autoküller, die Mutzenbacher mit einem Nasenrammel als Lesezeichen, ein Schreibergatterl in Ottergring, ein falsches Gebiss in der Bassena, als Brochensnachgeschirr, ein abgeschönte Burenwurst, ein Donaustrom zum Füßboden, ein Gashahn zum Aufdrehen, ein Kinderverzerrer, Wasserleichen, Foxeln, Wimmelagenden, Radischöller, Kinokorten, ein Safferlade zum Umhängen, die Frau Nowak, ein Herrn Leitner, ein Schwager, ein Mozart, ein Notenständer, ein Gwagel, ein Essig und Öl, ein Gänsehäufe, ein Rudel bei der Methode, ein Gespeiblatt für eine Stehweinhalle und im Hintergrund auf jeden Fall der liebe alte Steffel. Wenn's an der schönen blauen Donau stinkt, dann hat der Johann Strauss im Sorg einen Schaß lassen. Die erste Füßese Untertitelung im Jahre alt thürmischen Füßboden Dieseücken als Eure Chicago Sie das Untertitelung im Jahre alt getinaire deutlich vermutlich einen heutigenhos çıktı Sie zum Untertitelung im Jahre alt dai neuesten F получить das Bein